Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Link to the Past. Ich habe herausgefunden, dass hier und beim Graben ein Herzteil ist. Und das werden wir uns jetzt snacken. Irgendwie. 50 Rubine, hier ist 50 Rubine. Toll. Okay. Irgendwie werde ich das schon finden. Wenn es zu lange dauert, werde ich es vorspulen. Aber ich gucke mal. Wow. Mano, komm schon. Das ist kacke, dass man nur zwei Truhen öffnen darf. Das ist halt echt... Bei so vielen Truhen, Alter, musst du da Glück haben. Ja, ich will es versuchen. Ich nehme mal eine Truhe von oben. Eine Bombe. 100 Rubine. Dein Ernst? Also in Rubinen schwimmen wir. Das ist nicht das Problem. Oh Mann. Und alle anderen Herzteile habe ich noch im Kopf eigentlich. Relativ. Ein Herz. Oh mein Gott. Und 100 Rubine. Yay. Es kann sich nur um Stunden handeln, Leute. Es kann sich nur um Stunden handeln. Okay. Wisst ihr was? Ich mache das gleich anders. Ich mache das gleich anders. Ja, ich mache das gleich anders. Und zwar... Ich mache das jetzt ganz gemein, Leute. Obwohl... Na, okay. Wir machen noch fünf Versuche, wenn wir es bis dahin nicht gefunden haben. Okay. Hat sich erledigt. Ich habe es gefunden. Okay. Ich wollte sonst, bevor ich die Truhen öffne, einen Safe State machen. Und gucken, ob ich... Ja, dann immer, wenn ich daneben lag, wieder laden. Und... Und... Ja. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den... Palast rein. Und... Oh Mann. Ich weiß gar nicht mehr, wie... Wie war der Palast? Ich glaube, ich muss hier runterspringen. Ja, nicht in den Gegner. Mandoki. Was ist denn mit dir? Dann hier lang. Dann müssen wir jetzt hier runter. Und... Können uns erst mal die Truhe da holen, wie es aussieht. Uah. Und dann... Oh Gott, ey. Wie war denn der Palast nochmal komplett... Ich habe so wenig Ahnung von diesem Palast. Das ist so nervig. Hier ist der große Schlüssel, glaube ich, sogar drin, ne? Richtig, genau. Und jetzt müssen wir... Glaube ich... Hier nach oben rechts... Oh mein Gott. Wir werden verfolgt. So, hier hin. Und... Okay, nein, dann war das noch ein weiter oben, okay. Noch einmal weiter nach oben gehen. Ein Screen. Aua. Und... Von hier aus dann... Hier oben hin? Ja, okay, gut. Okay, gut. Gut, gut, gut. Gut, gut. Geh weg. Dein Ernst. Zack, zack. Okay, okay. Da ist der Schlüssel. Äh, hier oben bringt uns das, glaube ich, noch nichts, lang zu gehen, ne? Richtig. Das bringt uns jetzt nicht wenig. Das kommt erst später. Wir müssen hier lang gehen und... Wir müssen hier lang gehen und... Zack, zack. Herzchen. Hä? Nice. Hier durchgehen. Ähm... Diese Viecher sind nervig. Okay, warte, ich will das besiegen, eigentlich. Okay. Okay. Ach, wüsste was? Hä? Dein Ernst. Hä? Ach, komm. Ach, komm. Ich bin... Äh. Ich hasse diese... Ich hasse diese Viecher. Okay. Schlüssel. Das, äh... Machen wir jetzt noch nicht. Glaube ich. Okay. Dich besiegen. Oh Gott. Okay. Was müssen wir hier machen? Och, komm. Äh. Das besiegen. Das besiegen. Und... Okay, Moment. Moment. Bringt uns das überhaupt hier was? Nein, wir müssen... Ähm. Warte, das bringt nichts? Wieso bringt das nichts? Hä? Okay. Okay, Moment. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Das verwirrt mich jetzt ein wenig. Moment. Ach, dein Ernst? So, dann machen wir das erstmal so. Damit wir... Hier hin können. Hier dürfte jetzt... Genau, ein Schalter sein. Okay. Zack. 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 Okay, lass einfach mal durchrennen. Einfach durchsprinten. Das müssen wir jetzt aber aufsprengen, oder? Ich glaube schon. Okay. Zack. Zack. Ja, das müssen wir aufsprengen. Das müssen wir jetzt definitiv aufsprengen. Okay. Hä? Das war... Hä? Dein Ernst? Hä? Ja, super. Okay. Dann... Eine Ebene tiefer, würde ich sagen. Macht Sinn, ne? Macht Sinn. Ich glaube, das macht ziemlich... Ziemlich guten Sinn sogar. Ziemlich großen Sinn. Ja, doch. Würde ich mal meinen. Müssen aufpassen vor diesen... Ja, okay. Hat sich erledigt. Aufpassen ist nicht so meine Stärke, wie es aussieht. Okay. Okay. Geh weg. Alter. Diese Viecher nerven so, ne? Das ist unglaublich. Ich kann diese Viecher auf den Tod nicht ab... Die sind so anstrengend. Okay. Wo müssen wir... Wir müssen oben lang. Moment, aber hier gibt es doch irgendwo... Ich glaube, hier gibt es irgendwo einen Schalter. Hä? Da! Okay. Ja, hier ist ein Schalter, genau. Aber... Ich glaube trotzdem, dass wir erst hier runter müssen. Und hier unten irgendwas machen müssen. Irgendwie einen Schlüssel holen oder so, denke ich. Da kommen wir noch nicht durch, weil... Den Stein können wir nicht hochheben. Doch! Können wir schon? Moment. Ich dachte, das ist ein Stein, den wir noch nicht hochheben können. Hatte ich jetzt eigentlich erwartet. Aber okay. Können wir den wohl doch hochheben. So, hier können wir durch. Hier auch. Genau. Hier haben wir jetzt die Prinzessin. Die wir retten müssen. Okay. Herzchen. So, ein Schlüssel. Okay. Hallo. Danke dir, Süßer. Du hast mir in mein Leben gerutscht. Begleite ich mich nach draußen. Ja, mach ich. Obwohl, nach draußen weiß ich noch nicht. Zack. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Gehen wir mal hier lang. Hier ist auf jeden Fall ein Schlüsselplatz. Hier, den können wir aber hochheben schon, ja. Okay. Ich dachte, den können wir noch nicht hochheben. Erst mit dem Item. Okay. Wie es aussieht, war es aber kein richtiger Weg. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Komm. Nice. Zack. Wow, das hat uns jetzt viel gebracht. Ich habe erwartet, dass das irgendwie mehr bringt. Aber okay. Aber okay. Dann gehen wir erst hier lang. Oder gehen wir hier lang? Müssen wir auch. Okay, wie war denn das jetzt? Oh, irgendwas war hier. Irgendwas. Okay. Moment, wir. Äh. Hä. Wir werden eingesperrt gewesen. Okay. Ja, wir haben jetzt die Titanhandschuhe. Das heißt, wir können noch schwerer heben. Das war close. Und das war es auch schon mit dem Tempel, oder nicht? Ja, ich glaube, das war es jetzt sogar mit dem Tempel. Also, an sich müssen wir nichts mehr Spezifisches machen. Oder? Ich gehe nochmal hier durch die Tür. Ist hier irgendwas überhaupt? Achso, hier kommen wir hier hin. Okay. Gut. Dann. Stell dich mal dahin. Denn jetzt. Ah. Das ist viel zu hell. Was? Er wurde zum... Oh Gott, oh Gott. Muss ich den überhaupt angreifen? Ja, klar. Der Kopf, genau. Aber, er stellt sich jetzt wieder auf, genau. Oh nein. Oh nein. Oh nein, jetzt geht er nach unten? Ist das dein Ernst? Okay, okay. Jetzt müssen wir aufpassen. Die schießen nämlich weiter und er kriegt noch einen neuen Kopf. Oh Gott, Alter. Ich bin gleich... Oh, okay. Oh, wir haben es geschafft. Alter. Ja, und das wäre eigentlich der vierte Palast gewesen, aber... Wie gesagt, wegen dem Dings. Wegen der Titan-Tan-Tun-Wollte ich den jetzt schon machen. Zack. Neuen Kristall. Nice. Ich habe das Gefühl, ich habe voll wenig gelabert. Wenn, dann nur Bullshit. Aber okay. Die nächste Prinzessin ist gerettet. Beziehungsweise Nachfahre der sieben Weisen. Torki, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Damit die sieben Weisen das Tor in die Schattenwelt durch ein Siegel versperren konnten. Kämpften die Ritter von Hyrule ohne Rücksicht auf Verluste gegen furchtbare Monster. Viele ließen dabei ihr Leben, aber sie taten es für Hyrule. Du bist vielleicht der letzte, direkte Nachfahre dieser tapferen Streiter. Und nur du kannst der wahre Held werden. Wir vertrauen dir. Du wirst gerne ihn bestimmt vernichten. Zeige deinen Mut. Ja. Kriegen wir easy hin. Möge der Weg des Helden dich zum Trifor führen. Ja. Wird er. Bestimmt. Irgendwie. Ja. Das war schon der ganze Palast. Und jetzt können wir erstmal ein wenig was machen. Wie zum Beispiel. Diesen Frosch hier. Ne? Der. Hi. Ah. Quack, quack, quack. Du bist noch ganz normal aus. Ah, du bist keine Frage. Quack, quack, quack. Ich wohnte eins im Quackariko. Ich frage mich, ob ich mein Kollege geht. Quack, quack, quack. Ich frage mich zurück. Doch zu ihm so. Bitte. Quack, bitte. Ja. Er vermisst seinen Kollegen. Das ist der zweite Schmied, Leute. Der. Ja. Irgendwie in die Schattenwelt gekommen ist. Und. Ja. Wieder zurück zu seinem Dingswill. Zu seinem. Kollegen. Tschum. Wir porten uns nämlich jetzt zusammen mit ihm zurück in diese Welt und. Er wird. Wieder zu einem normalen. Schmied. Ah, du. Das ist mal eine Sache. Du hast meinen Kollegen gefunden. Vielen Dank. Du bist dir jederzeit willkommen, wenn du ein Schwert werden willst. Ja, das will ich auch. Dadurch kriegen wir das dritte Schwert, Leute. Hallo. Hallo. Oh, du bist wieder. Du bist eine Schmiede. Immer gern gesehen. Können wir helfen. Schmiede und mein Schwert. Äh, schmieden? Warte im Moment. Gut. Ja, klar. Also schmieden richtig. Jawohl. Alles klar. Kein Problem. Wir müssen ein Schwert. Nur ein Weit hier überhalten. Ja, jetzt haben wir erstmal kein Schwert. Wir schlagen jetzt mit der Luft zu. Ja, 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 ja. Und in der Zeit können wir uns noch ein weiteres Herzteil holen. Ein weiteres schönes Herzteil. Denn, wenn wir jetzt hier all diese komischen Dinger, sorry Hühnchen, kaputt klatschen. Mann, ich will euch da nicht treffen. Mann, ich will euch da nicht treffen. Aber wenn ihr, ihr rennt in meinen Weg. Ah. Zack. 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 Und Zack. Dann hat sich hier unten eine Höhle geöffnet. Yeah. Und hier ist ein Herzteil. Ganz stumpf. Einfach so. Dann als nächstes machen wir noch das Grabspielchen. Damit wir, ja, das müssen wir auch noch gleich machen. Genau, das können wir auch gleich noch machen. Ja, das machen wir gleich. Machen wir erst das? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, wir machen erst das Grabspielchen. Ich weiß es echt noch nicht. Ähm, hey, ist mein Schwert fertig? Ja, ist mein Schwert. Ja, nice. Ist fertig. Glückwunsch, der Schwer ist stärker geworden. Schwissi, nochmal Kraft. Ja, Mann. Jetzt haben wir das dritte Schwert. Supergeil. Supergeil. So, äh. Ja, dann machen wir das jetzt erstmal mit der Truhe. Würde ich sagen. Ja. Komm mal mit. Verschleiß, die Truhe ist von Ihnen verschlossen. Nimm sie ungeöffnet mit. Machen wir. Dü-din. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dün. M-m-m-m. M-m-m-m. Dü-dü-dü-dün. So, wenn wir jetzt übrigens A drücken, dann bleibt sie stehen. Das heißt, wir können nicht sprinten. Ich glaube, wir können auch nicht rund solche Dings hier runterspringen, oder? Ich glaube nicht. Doch, okay, das geht. Okay. Okay, okay. Dann einmal heben. Zack. Zack. Oh, ich weiß gar nicht, wenn wir getroffen werden, ist das, glaube ich, egal. Ich bin mir da aber auch nicht so sicher. Das könnte auch, ja, nicht richtig sein. Ich könnte hier auch gerade Scheiße erzählen. Oh Gott. Der Baum ist anders. So, dann den Stein heben. Zack. Okay. Wir könnten jetzt auch schon den sechsten Palast machen. Zumindest gleich. Aber das machen wir doch nicht, glaube ich. Nee, nee, machen wir nicht. So, und hier müssen wir uns jetzt zurück in diese Welt porten. In die Lichtwelt. Und, hey. So, du weißt also, dass ich ein gesuchter Dieb bin, der Schlösser öffnen kann. Hm. Na gut, dann öffne ich dir eben die Truhe. Aber verspreche ich mir, mich nicht zu verpfeifen. Abgemacht. Klar. Und schon haben wir die vierte Flasche bekommen. Nice. So, haben wir jetzt alle Flaschen. Und wenn wir schon mal hier sind, kann ich auch noch kurz eine Sache holen. Und zwar können wir uns hier zurück porten. In die richtige Welt. Und damit sind wir an diesem Stein hier. Dann müssen wir unser Hylia-Buch, also Buch, ja, unser Buch rausnehmen und das lesen. Halt das Masterschwert hoch. Das Feuermedaillon wird kommen. Batz, 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 batz. Ja, Mann. Zack. Und wir haben das Feuermedaillon bekommen. Schöne Sache. Schöne, schöne Sache. Ja, wir haben jetzt einmal das Feuermedaillon und einmal das Erdmedaillon, ne? Genau. Ja, das Erdmedaillon. Putz, sieht so aus. Was ist denn da aufgetaucht? Ist ja geil. Das wusste ich noch gar nicht, dass das so funktioniert. Okay, cool. Äh, ja, da unten kann man übrigens nicht lang. Der ist kein Weg. Und ich würde sagen, ich will noch dieses Herzteil haben. Ich will noch das eine Herzteil haben und da machen wir im nächsten Part den dritten Dungeon. Ja. Das klingt nach einem guten Plan, würde ich sagen. Das klingt sogar nach einem sehr guten Plan. Da kriegen wir auch noch ein Herzteil, also beim fünften Dungeon. Kriegen wir noch ein Herzteil. In der Lichtwelt aber. Ähm. Und. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das hier austricksen kann, wenn man die Schaufel allgemein schon haben würde. Okay, okay, komm. Okay, komm, ich will das Herzteil haben. Ich will das Herzteil haben. Ich will das Herzteil haben. Gib mir das Herzteil. Ich will haben. Scheiße. Das ist eigentlich schon wieder abkommen, so mit der Schaufel. Scheiße. Kann man schon mal graben? Nein. Natürlich nicht. Ich muss erstmal bis hier hinlaufen, glaube ich, dann kann ich wieder graben. Oder? Muss ich wirklich nicht mehr verlaufen? Okay, nein. Ich muss wirklich nicht mehr verlaufen, bis ich verlaufen habe. Das ist verdammt. Okay. Ja, das kann ich jetzt echt dumm sein, wenn ich das Herzteil gefunden habe. Oh, ich glaube, ja. Das ist das ätzendste Herzteil. Ich will schon von meinen. In der Fall. Ich will das Herzteil haben. Aber ich will mich irgendwelche Sachen suchen. Ganz. Und wieder nicht. Okay. Das werde ich vorspulen. Das werde ich definitiv vorspulen. Oh, Mann. Das ist echt herzsinnig. Oh, Mann, oh, Mann. Dö, 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 dö. Ach, ja. Dann. Weiter. Wow. Das macht so viel Spaß, diese Herzteil zu suchen. Wie kann man so eine Herzteil machen? Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ja, unten gibt es wahrscheinlich auch nicht, ne? Nein, da kann ich nichts noch haben. Okay, wow. Aber es ist immer im gleichen Ort. Ich weiß es echt nicht. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob es immer im gleichen Platz ist. Weil sonst bin ich der Meinung, dass wir irgendwo oben in der Reihe. Ich mach das jetzt systematisch. Hier ist funktioniert das, ja. Jetzt ist es ja wirklich immer im gleichen Ort. Ich glaube aber nicht. Ich gucke es uns gleich nicht. Ohne Witz. Hier oben vielleicht irgendwo. Ich glaube aber, nee. Das wird wieder, glaube ich, kein Versuch, wo wir das zwei finden. Oder ich mach das gleich für den Zerstteil. Ich mach das gleich für den Zerstteil, glaube ich. Wenn das hier ist nicht gefunden worden. Okay, wieder nicht. Wir haben fast die komplette obere Reihe gemacht, ey. Okay, nein, Moment. Ich google mal eben, ob das irgendwie... Ah, nee, es wird nicht immer im gleichen Platz sein, oder? Es wird nicht immer im gleichen Platz sein, nein. Ach, das ist mir Zerstteil. Dann schläft es aber nicht im Zerstteil machen. Ich mach es nicht. Ich mach es nicht. So wundere. Das ist meine Art, die ist auch egal. Wir haben doch die komplette obere Reihe. Das ist wirklich im gleichen Ort. Das heißt, ist diese Reihe hier dran. Die wir machen gern. Und für die Blumen wird der wahrscheinlich auch nicht sein, ne? Ich glaube nicht, ne? Aber in dieser Reihe scheint es mir auch nicht zu sein, nein. Sonst einmal kann ich noch, nein, immer noch nichts. Aber wir kriegen halt unser Geld immer wieder. Ah, es ist anstrengend, Leute. Es ist verdammt anstrengend. Oh Mann, oh Mann. Das ist doch schon Scheiße. Oh Mann, voll Scheiße. Halalala. Gut, dass ich vorspulen werde. Mit der Pappel ein bisschen länger, vielleicht auch ein bisschen kürzer. Wie ich auch irgendwie deutlich vorspulen werde. Komm schon, gib mir das Herzteil. Gib mir das Herzteil. Gib mir das Herzteil. Ich will es haben. Ganz toll. Bitte. Komm schon, gib es mir. Bitte. Mann. Kriegt das echt nicht ins hier? Nein, eigentlich war das. Es macht keinen Sinn, dass ich das springen sollte, wenn ich hier runterspringe, dass ich dann wieder sofort graben kann. Oh Mann, ich will das Herzteil haben. Es kann sich noch stunden an, Leute. Gut, schneide ich auch irgendwas raus oder so, ich weiß es noch nicht. Außer das Internet liegt, es gibt ja keine Herzteil. Dann flippe ich aber aus, ey. Dann flippe ich aber richtig aus. Komm schon. Ich glaube, ich mache das auf Screen, ey. Ich mache das, glaube ich, auf Screen. Ja, ich glaube, ich werde auf Screen machen. Einmal machen wir es jetzt noch. Einmal. Ja. Einmal mache ich es noch. Bitte, bitte, bitte. Komm schon, gib mir das. Ich will es. Haben. Bitte. Komm schon. Gib es mir. Niemand will das Herzteil mehr als ich. Mann. Ja, 20 Uhr. Ja, war. Total egal. Ich rufe die nicht. Nein, natürlich nicht. Okay. Ich rufe die nicht. Ich rufe die nicht. Ich rufe die nicht. Ich rufe die nicht. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder, während ich, äh... Also, wenn ich das Herzteil ausgegraben habe. Hau... Haut da rein. Na. Dann... Und dann. Bis zum nächsten Mal.